Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil Feeder, das Remake und ja im letzten Part haben die aufgehört. Da waren wir dann auch beim Händler, dann habe ich hier gespeichert. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder hier weiter. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Okay, schaut irgendwie so aus, es wird eigentlich irgendwas kommen. Warte mal, wir sind gar nicht so hoch geheilt, aber wir werden noch eine Erste-Hilfe-Spray, zwei Kräutermischungen. Aber ich lasse das jetzt erstmal. Okay, dann hier runter. So. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser. Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten Ihre Männer das gewollt? Rache. Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Ach, scheiße, er ist schon hier. Oh, runter, runter, runter. Ah, der hat irgendwie einen Bogen, oder so. Da ging man mit Sprengpfeilen, oder sowas. Da bin ich nochmal getroffen. Warte mal, schau zu kommen, nicht zu einem Hälte zu gehören. Fiske weh, ja, warte mal. Scheiß, kann das irgendwie wegschießen, oder so? Ich hoffe mal nicht. Oh, war keiner glücklich. Ich will dann Schuss in die Fresse. Oh, der springt hier runter. Oh, fuck, der wirft das Messer. Nein, 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 ausweichen. Alter, rennen, rennen, rennen. Ich brauche ihn gar nicht fest. So, Short Gun. Da ist ein Treff jetzt schnell hin. Fuck, ist er das? Okay, weg ist er. Wo ist er denn jetzt? Okay, ich geh mal hier rein. Gehen wir mal hier auf. Ah, warte mal, hängt das in der Kiste. Mägen-Munition, das ist gut grünes Kraut. Dann verwende ich das jetzt erstmal so. Zwei Kugeln haben wir da jetzt. Aber wo ist denn der jetzt auf einmal? Geh ich runter. Gehen wir mal hier runter. Oh, warte, möchte ich ja was machen. Ach so, da kriege ich dieses Tor öffnen. Okay. Ich schätze mal, es geht dann wieder zu, oder? Oder auch nicht. Checkpoint. Okay, dann hier runter. Wow, Alter, ist er hier? Nein. Ohne, ich hab's verkauft. Also, ich hab da nicht hingeschossen. Da ist er, glaub ich, ein ganz guter Schoß. Obwohl, na, ich weiß nicht. Also, mir ist schon wieder weg. Alter, hab ich das durch, ohne... Dass es explodiert, ich schätze mal nicht. Das ist eine Bärenfalle. Ach, fuck, ist er da oben, Alter. Okay, ich brauche mal ein Gewehr wieder. Jetzt ist er schon wieder weg, oder? Nicht, dass er gleich hinter mir ist, oder so. Ach, komm, schieße ich auch noch mal drauf. Jawohl. Na, wie soll das jetzt gehen hier? Okay, ich hab ich gar keinen Schaden bekommen. Scheiße. Kann man die Teilen irgendwie... Ah, okay, ich glaub, haben wir es zerstört, oder? Fuck, jetzt sind die Bärenfalle rein. Jetzt ist er natürlich da, oder so. Ah, na, da oben ist noch mal so ein Teil. Ich weiß auch nicht, ob die nur für die kurze Zeit dann... ...nicht funktionieren, oder ob die halt komplett zerstört sind, oder? Okay, jetzt schießt's gerade nicht. Warte mal, erst mal da wegschießen, dann können wir wieder zurück, und dann den anderen Laser wegschießen. Oh, scheiße, wo ist er? Okay, Rohstoffe haben wir mitgenommen. Warte, ich schieße noch den... ...Laser weg. Wo war denn der zu überhaupt? Egal, wie gehen wir mal hier weiter? Und ich hol mich mal mal die Short gehen raus. Nein, nein. Ah, nicht schon wieder. Der ist doch sicherlich vor mir, oder? Oh, scheiße, Mann. Ja, der ist dauernd wieder weg. Okay, Checkpoint. Rotes Graut, noch eine Kiste. Okay, da ist wieder irgendwie so ein Laser drin. Da ist auch nochmal eine Kiste. Schießpulver haben wir da. Vielleicht kann ich irgendwas herstellen. Leider nicht. Oh, hinter mir, nein. Okay, da kommt der Schicht wie im Hof. Oh, da hinten. War das ein Treffer? Also, ich habe mich auf jeden Fall getroffen. Boah, scheiße, Mann. Das war ein Treffer für mich. War doch nicht nötig. Komm schon. Du bist eben was ganz Besonderes, Pretty Boy. Nein, Alter. Oh, warte mal. Ah, Flint-Munition. Das wäre aber gut. Äh, könnte ich irgendwas kombinieren? Dann kommt da nochmal. Na. Ach, geht nicht. Scheiße. Hersteller kann ich auch nix. Alter, das ist irgendwie ein bisschen beschissen gerade. Äh. Ja, ich muss liegen lassen jetzt. Wir kreien dir diese Pfeile. Ah, daneben. Und das Kraut, Alter. Der war daneben. Scheiße, Mann. Ich wollte nochmal drauf schießen. Das muss ich eh heilen. Wir verwenden das mal. Dann nehme ich das Kraut mit. Dann rennen wir wieder zurück. Ach so, ist wieder voll. Stimmt. Dann kombinieren wir das. Dann geben wir das hier rein. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. So, hier runter. Das war nochmal ein Treffer. Oh, und der hat mich auch schon wieder getroffen. Wartet man sich da dann runter. Warte, ich hab hier keine Munition mehr. Das ist echt beschissen. Hier die Shotgun haben wir jetzt nicht im Kugel. Oh, nein, Alter. Okay, heilen. Gewehrmunition ist auch wieder gut. Oh, fuck, Alter. Wo soll ich denn hin? Oh, nein, oh, nein. Über diese Laser hoch. Scheiße. Okay, ausgelüchen. Oh, nein. Okay, das ist noch ausgegangen. Dann mach ich mal die hier raus. Ich locke mal hierher. Vielleicht geht das dann irgendwie. Sind wir fertig, Krauser? Wie oft hab ich dir gesagt? Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Zeit für deine Abschlussprüfung. Ach, scheiße. Das ist die Macht. Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Jetzt ist er noch übelst finster. Warte, ich lade ihn mal nach. Wow. Alter, ich denke ausweichen oder so. Warte, ich heile mich mal lieber. Obwohl. Ja, muss ich jetzt erst mal. Das soll also ihre wahre Kraft sein. Das soll also ihre wahre Kraft sein. Das soll also ihre wahre Kraft sein. Ich würde mein Geld zurückverlangen. Drei Schoß. Ah, Gabe is gold. Warte, das kann ich hier irgendwo dazuhauen, oder? Grün ist gold. Alter, ich hab doch... Ach, scheiße. So haben sie zu spät gedrückt. Ich kann's kaum erwarten, dich zappeln zu sehen. Okay, noch eine schwere Genote. Warte, dann kommt das da hin und dann kommt die hier rein. Okay, passt der nicht so. Ah, den anderen normalen Genote, den hätten wir jetzt auch. Äh, was ich kann, Pistolenmutzung herstellen. Jetzt kann ich die Granada auch mitnehmen. Rotes Kaut, wäre auch wieder gut. Vielleicht die nicht... Ach, scheiße, kann ich irgendwie nicht stapeln. Jetzt kann ich's mitnehmen, dann kombinieren wir's gleich wieder. Okay, pausst. Dann hier nach oben. Shit. Wir sind noch nicht fertig. Das wird deine letzte... Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, wie zuversichtlich. Greif an, Rookie. Okay, oh, scheiße. Bist du bereit, Rookie? Nein. Und gerade keine Munition mehr, jetzt hole ich die Empiros. Jetzt schnell hin. Nein, also ich kann ja nicht ausweichen. Also jetzt muss ich mich heilen, sonst bin ich tot. Oder warte, ich nehme das. Immerhin weiß ich besser als jeder andere, was in dir steckt. Eine verdammte Schande, wenn du die Wahrheit nicht sehen kannst. Halt das laut doch endlich mal nach, man. Ey, was soll ich denn machen? Können nichts beschützen. Wenn sie so weitermachen, gibt es bald nichts mehr zu beschützen. Früher hätte sie das gewusst. Ich kaufe noch 13 Kugeln jetzt. Scheiß auf Leon. Und zu seinem Freak werden wie sie. Das soll so ein Scherz sein. Immer versuchst du das letzte Wort zu haben. Komm her, ich treib dir das schon noch aus. Alter. Nein, ausweichen. Jetzt bin ich tot. Oh, jetzt habe ich nur noch die eine Kräuter-Mischung hier. Aber keine Ahnung, wäre das gut, glaube ich. Warte, wie schaut genau hier noch aus? Du hast, dass ich nicht habe. Oh, ich bin nicht. Du, was du tun musst. Ich habe dich gut trainiert. Leon. Haben Sie, Major? Das haben Sie. Okay, Einsatzmesser haben wir bekommen. Also, das Einsatzmesser haben wir bekommen. Okay, dann muss ich mal ein bisschen aufräumen hier. Warte mal dann... Dann räuchte ich die Garnaten dahin. Und dann kommt das Messer dahin. Ah, ich meine, mein Kampfmesser... Ich meine, ja, mein Kampfmesser bräuchte ich das wahrscheinlich dann nicht mehr. Okay, einzigartiges für Kampfeinsätze konzipiertes Messer. Rasiermesser scharf. Und da ist es strapazierfähig. Okay. War eigentlich gar nicht so schwer, der Bossfurt. Okay, warte mal. Wir müssen noch mal was herstellen. Ah, geht jetzt gar nicht. Scheiße. Äh, ich würde sagen, wir... Geben einfach mal... Aber ich muss auf jeden Fall irgendwann mal eine Waffe rausgeben, weil ich habe viel zu wenig Platz. Ich würde sagen, das Sturmgewehr kommt da mal raus oder so. Warte mal. Äh, weil das verwende ich sowieso fast nicht eigentlich. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Platz. Ich würde schauen, ich würde noch mal drei Kugeln. Okay, ich glaube, unten haben wir eh nichts liegen lassen oder so. Da haben wir eigentlich alles mitgenommen. Ja, okay. Dann wieder nach oben. Warte, wir haben da auch nochmal 30 Kugeln. Da laden wir da nochmal nach. Ah, warte, wir haben da auch nochmal zwei Kugeln. 段 character. Es wird dann machen. Okay. 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 inein. ok kapitel beendet wir schauen mal kurz beim kapitel ergebnis waren drei herausforderungen abgeschlossen 65 gegner gekillt wir sind gar nicht gestorben ok wir machten 50 mal schaden erlitten ok und ja in der nächsten folge werden damit kapitel 15 schaden und ja gut ich würde sagen das ist jetzt erstmal mit der folge ich hoffe es gefallen bis zum nächsten mal und tschüss und